Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was wir jetzt tun müssen, irgendwie. Also wir müssen ja definitiv hier die... Die... Wir müssen hier nochmal ein bisschen was machen. Das sag ich jetzt einfach mal in dem Land. Die Amerikaner greifen uns auch an. Müssen wir mal schauen, wie sich das so ausspielt. Ähm... Ich muss mehr Reichweite auf die Dinger packen. So... Wo bist du denn eigentlich? Da, Erwin. Hängt hier auch rum. Das ist wie seine Homies ihn nennen. Oh, ich seh schon. Ganz böse Kommentare. Oh, komm auf! So... Können wir jetzt mal hier mal langsam bitte durch? Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Was soll ich hier jetzt eigentlich machen? Zerstören, zerstören Sie Buckingham Palace. Das habe ich gemacht. Zerstören Sie alle Gebäude, die Amerikaner in England produzieren können. Was heißt das? Zerstören Sie alle Gebäude, die die Amerikaner in England produzieren können. Zerstören Sie alle amerikanischen Gebäude? Ist das quasi das? Da drüben hin? Mit unseren ganzen Einheiten? Können wir mich natürlich hier durchschlagen? Wir werden angegriffen. Fertig, Herr. Warte. Schau zu. Okay. Mein Kommandellok. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir werden angegriffen. Fertig, Herr. So. Ja, wir schlagen uns jetzt einfach komplett hier durch. Einfach alles dem Boden, alles dem Boden gleich machen. Ähm. Mal schauen. Ah ne, wir wollten ja hier Leute reinmachen, stimmt's? Irgendwie. Okay. Wir werden angegriffen. Gar nicht in den Herzen. Da mal hin. Mal schauen, was hier abgeht. Ähm. Mal schauen. Hmm. Okay. Ja. Oh Mist. Ähm. Boah, ist das laut. Wollen wir mal ein bisschen leiser machen hier. Spieleinstellung. Audio. Okay. Okay. Ähm. Drei dagegen, bitte. So, ist die Amema langsam hier hochgereist irgendwie? Noch nicht. Ähm, ja. Jetzt geht's aber los hier. Ähm. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alle Mann mal wegfahren hier. Mal gucken, ob wir ihn noch mal aus dem Himmel holen. Wären wir da nicht mehr so häufig da angegriffen. Oh. Ah, kleine britische Armee. Boah, schnell besiegt. Ah, nach vorne rücken ein bisschen. Hier ist eine große leere Fläche. Jawohl. Das können wir gut ein paar Meter machen. Das ist immer noch nix. Ja. Hier ist gar nix. Nice. Fertig, Sir. Was will ich brauchen? Fertig, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Brauchen wir die gar nicht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sind die eigentlich in Irland da drüben? Die... Die Amerikaner? Jawohl. Oder sind die tatsächlich in England? Oder sind die in Nord-England? Ja, wie heißt das in Irland? Äh... Nord-Nord-Irland. Nord-Irland. Ich weiß nicht. Bis im ersten Weltkrieg auch schon Nord-Irland hieß, aber... Okay, wir sind ein bisschen Wasser vorgekommen. Da ist diese Wasserenge. Aber ich würde sagen... Hier kommen wir doch ganz gut rum. Jawohl, mein Kommandant sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sieben. Auch sieben dahin, bitte. Jawohl, äh... Gut, dass hier keine Gegner mehr sind. Äh, das geht sehr viel schneller, ohne Gegenwehr hier durchzurennen. Jawohl, jawohl. Achso, das ist leer. Na gut. Ähm, mal weitermachen. Unser Ding wird nämlich angegriffen. Was wäre doof, wenn das kaputt geht, bevor wir gewonnen haben. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Kümmert ihr euch? Keine Ahnung, was hier passiert, aber anscheinend. Oh. 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 So, habt ihr die mal langsam jetzt hier? Na ja, im Notfall müssen wir halt ein neues Ding bauen, wir haben ja noch einige Leute. Alles dagegen. Hey, da war es kaputt gegangen. So, das Stattium werde ich noch gerne kaputt, bevor wir jetzt hier... Bevor das andere kaputt geht. Und jetzt? Was muss ich jetzt noch machen? Ich habe die Inversion nach England gemacht. Das habe ich auch gemacht. Das zweite, ich habe den Buckingham Palace zerstört. Ich habe das Stadtzentrum dort gebaut. Ich habe die amerikanischen Gebäude zerstört. Und ja gut, das Infiltrieren habe ich noch nicht gemacht. Aber okay, ich habe gewonnen. Das hat einfach nur noch nicht geladen. Sehr cool. Das ist hier gewesen. Ein paar Schiffe. Nichts Wildes. Irgendwo muss doch bestimmt auch der Flugzeugträger sein. Das ist ein U-Boot. Das sind noch U-Boote. Naja. Sehr cool. Wir haben die deutsche Kampagne geschafft, Leute. Dann müssen wir uns mal die Statistik noch anschauen. Und mal schauen, wie weit wir gekommen sind. Mit dem Ganzen. Es war auch irgendwie, also die neuen Neuzeitkampagnen, vielleicht wird die ganz Neuzeitkampagne ja vielleicht anders, aber die zweite Weltkrieg-Kampagne mit den Einheiten. Irgendwie kann ich nicht so richtig was mit den Einheiten anfangen. Dieser ganze Flächenschaden ist auch immer echt übel. Wenn man da einmal irgendwo falsch rin hält, hat man direkt verloren. Da sterben ja auch direkt alle. Gucken wir mal direkt von hinten anfangen. Mausklicks sind gar nicht so viele. Nur 1400. Wirtschaft, Militär, fast 99 Einheiten. Wir haben nicht alle verloren. Nicht 100 direkt verloren. Eliminierte Einheiten, okay, zerstörte Gebäude. Ja, wir haben echt viele Gebäude zerstört. Zeitablauf. Morgen ging. Die Engländer sind hier schneller abgefallen. Sehr schön, damit war es das mit der deutschen Kampagne. Soweit ich, also denke ich mal zumindest. Und wir werden uns dann in der Neuzeitkampagne, also bei der, oder halt auch Zukunftskampagne, in der russischen Kampagne wiedersehen. Also bis dahin. Bis dahin. Ciao.